Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute mal ein neues Video machen, beziehungsweise ein neues altes. Wir machen heute, weil es bei uns gestern in der Firma aufkam, die Frage schmeckt das überhaupt? Kann man das überhaupt machen? Wir machen heute einen armen Ritter und in diesen armen Ritter tue ich Kirsche und Mozzarella. Mal gucken wie das wird, wird bestimmt Riesenspaß. Habt Spaß an meinem Video und jetzt guckt einmal kurz meinen Jingle und dann geht's sofort weiter. Bis gleich. Also ein paar Sachen zusammengestragen, die wir halt brauchen. Also wunderschöne Kirschen, super lecker, super süß. Habe ich natürlich schon ganz viel von genascht. Ich habe die ja hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Die sind halbiert und entkernet. Ich muss mir dringend einen Kerner für Kirschen kaufen, wenn ich das häufiger mache. Dann habe ich hier ein bisschen Toastbrot. Leider ist dieses Toastbrot frisch. Ich habe das mir gestern erst überlegt. Sonst hätte ich mir natürlich eins liegen gehabt, was ein bisschen älter ist. Das geht dann nämlich ein bisschen einfacher. So zerfällt einem das immer sehr leicht. Dann brauchen wir ein Ei gleich, um es da drin zu wenden. Dann habe ich hier ein Mozzarella liegen. Die werde ich gleich in dünne Scheiben schneiden. Die werden wir wieder schön drauflegen. Ich habe mir jetzt hier eine Schale hingestellt. In der werden wir gleich den Toast benden. Da muss man sich natürlich eine Schale nehmen, wo der Toast auch reinpasst. Wenn man etwas älteren Toast hat, kann man auch außen an dem Toast zum Beispiel die Rinde wegschneiden. Das sieht auch ganz elegant aus. Ich lasse das aber, sonst fällt mir mein Toast komplett auseinander. So, ein Ei. Wenn man mehr machen will, natürlich mehr. Aber dadurch, dass ich hier alleine gebe, nur noch ein Ei. Das klagen wir jetzt ein bisschen auf. Dann kommt da rein noch ein bisschen Milch. Kann man auch Milch in den Ersatz nehmen. Muss nicht ohne Milch sein. Für alle, die sagen, nein, ich will keine Kühle. Das finde ich nicht gut. Und Kühle werden schlecht gehalten. Habt ihr völlig recht. So, das schlagen wir ein bisschen auf. Dann kommt da rein noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Mein Teppanyaki-Feld ist hier schon am Vorheizen. Ich habe das jetzt mal so auf 170 Grad gestellt. Ich glaube, 170 ist ganz gut. So, jetzt haben wir ein bisschen Pfeffer und Salz schon mal drin. Das ist schon mal ganz cool. Jetzt werde ich das noch einmal kurz ein bisschen aufschlagen. Und dann müssen wir warten, dass mein Feld hier heiß ist. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Basilikum. Das möchte ich da noch drauf machen. Ich glaube, das wird ganz geil. Das werde ich jetzt klein schneiden. Ja, meine Platte ist hier auch heiß. Ich werde jetzt nur mal eben schnell das Basilikum hier klein schneiden. Dann schneide ich mir den Mozzarella auch in dünne Schreiben. So, wunderbar. Da gehen wir noch mal kurz so durch, damit es nicht ganz so riesige Lappen sind. Das finden wir ja auch nicht ganz so geil. Ich kann nie von euch einreden. Wo ich hier gerade so am Machen bin. Wem mein Channel gefällt, wäre richtig geil, dass ihr den auch abonnieren würdet. Ich schneide jetzt mal eben den Mozzarella runter. Abonnieren bedeutet für mich natürlich auch eventuell ein bisschen mehr Kohle. Daumen nach oben bringt mich auch weiter nach vorne im Algorithmus bei YouTube. Und dadurch, dass ich jetzt alleine lebe und natürlich demnächst auch Unterhalt zahlen muss an meine zukünftige Ex bin ich natürlich auch nicht mehr ganz so gut finanziell aufgestellt. Von daher wäre es ganz toll, wenn ihr mir dadurch ein bisschen helfen sollt. So, wir tun uns jetzt hier ein bisschen was an Butter auf meinen Teepern Kaffee. Ich mache das immer gerne mit Butter, aber das finde ich ganz cool. Sehr gut. Dann wende ich jetzt meine erste Scheibe Toast hier in mein Ei-Milch-Pfeffer-Salz-Mix. Das ist jetzt schön, schön verteilen. Und dann können wir den da schön den ersten aufgeben, den zweiten gleich hinterher. Sehr geil. So, das lassen wir jetzt von der einen Seite so ein bisschen anbraten. Ich habe mir so ein neues Objektiv gekauft. Das ist eigentlich so ein Standard Sony Objektiv. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. So ein Standard Sony Objektiv, was ich mit der Fernbedienung auch hin und her fahren kann. Und ich habe so eine kleine Fernbedienung. Die nervt mich auch schon. Ich habe auch das Original in Grömitz liegen. Und ich habe die jetzt blöderweise nicht hier im Film auch gerade mit meiner kleinen Kamera. Leider. Und nicht mit der großen. Aber das neue Objektiv, das ich gerade erzählen will, das nervt so scharf hin und her herum. Weil das blöde Objektiv mir alle zwei Sekunden erzählt, ich bin nicht richtig konnektiert. Beziehungsweise die Kamera hat da die ganze Zeit rum. Das ist auch obernervig. So. Ne, einer geht rein. Dann tun wir da noch ein bisschen rauf. So. Dann wird das gleich zusammengefahren. Aber erstmal brauche ich jetzt meine Kirschen. Also, Mozzarella drauf. Dann schön die Kirschen da oben drauf. So. So sieht das cool aus. Sag mal, wo ist denn der Sommer geblieben? Das ist ja hier richtig ätzend. Heute beim Einkaufen habe ich schon wieder einen nassen Hintern hier gekriegt. Das bringt ja gar keinen Spaß hier gerade, oder? Also, ich finde das doof. Morgen habe ich schon wieder ein strammes Programm. Morgen will ich nochmal einen Burger machen, weil es ja Wochenende ist Burger-Time. Und dann muss ich natürlich... Ah, ich habe was vergessen. Das kommt, wenn man die ganze Zeit quatscht, ne? Die ganze Zeit vom Quatschen bis... Ich mache da jetzt noch so ein bisschen Basilikum drüber. Ich glaube, das gibt dem Ganzen so den letzten Kick. So, jetzt aber. Flup, flup. Den da oben drauf. So ein bisschen andrücken. Schön in die Mitte. Seid ihr überhaupt da? Ja, bitte. Ich bin das nicht mehr gewohnt mit der Kamera zu arbeiten. Ich habe immer die große sonst im Mitte. So, Glocke drüber. Und das Ganze lassen wir jetzt mal so eine Minute sitzen. Bis dann. So. Minute ist um. Tere. Wir drehen ihn mal um. Mhhh, das sieht schon... Das sieht schon wirklich geil aus, oder? Ich finde, das sieht geil aus. Jetzt mache ich nochmal unten ein bisschen Butter daran. Butter kann man ja nie genug haben. Das gibt dem Ganzen da gleich nochmal ein bisschen Geschmack wieder. Halbieren wir auch. Einen nach da. Einen nach hier. So. Dann geben wir den Ganzen noch eine Minute. Dann kurz auf den Teller. Und dann werden wir es anschneiden. So. Ich würde sagen, wir sind fertig. Sieht richtig geil aus. Ich drehe es noch einmal um, damit ihr es auch von der anderen Seite seht. So lecker sieht das von der anderen Seite aus. Ich tue das jetzt mal hier auf dem Teller. Und dann werden wir es sofort anschneiden. Ich schneide das jetzt mal hier an. Schön knusprig oben. Innen ganz zart. Und das sieht richtig geil aus. Guck euch das an. Der Mozzarella schön verlaufen. Ich probiere das jetzt gleich mal an einer Ecke. Und dann werde ich es euch gleich richten. Ich probiere das jetzt mal. Mhh. Mhh. Oh, oh, geil. Ist doch voll weiter. Ich hätte ein bisschen mehr Kirsche noch drauf machen können. Aber der Geschmack ist schon richtig geil. Diese süße Kirsche da drin, mit diesem Mozzarella, das Basilikum ist auch schön da, schön Pfeffer und Salz mit unserem Toast gehabt, den wir da drin gewendet haben in dem Ei, richtig geil, schön kross geworden, das ist richtig lecker, macht es nach, es lohnt sich wirklich, auch wenn die Kirschen mittlerweile vielleicht ein bisschen teuer sind, richtig geil. Und das war es schon wieder, unser schnelles, kurzes Video, ich hoffe ihr seid wieder mit dabei, beim nächsten Mal, gib mir einen Daumen, vergesst nicht die Glocke oben anzumachen, damit du keins meiner Videos verpasst, solltest du noch nicht Abonnett sein, abonniere mich gerne, ich freue mich wirklich darüber, und deshalb tschüss, der Frank vom Football Hamburg PD, bis zum nächsten Mal, das geht weltmäßig schnell, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich so ein bisschen das Tempo erhöhen will, also es wird jetzt nicht nur ein, langes Video in der Woche geben, sondern zwei langen Videos in der Woche, wünsche euch was, bis dann, euer Frank, ciao, ciao.